Willkommen bei OpenSUSE Screencast. Das heutige Video geht über die Ankündigung von Balsam Professional. Es geht darum, dass in einer Presseerklärung vom 18.10., also vorgestern, die OpenSLX GmbH jetzt das Erscheinen von Balsam Professional 12.1 angekündigt hat. Mit Balsam Professional 1 kommt der Nachfolger der OpenSUSE Box, bzw. manchmal auch OpenSUSE Retail Edition genannten Kaufversion von OpenSUSE. Das kommt jetzt direkt von OpenSLX. Also in den vorigen Videos habe ich ja bereits über die OpenSLX GmbH geredet, habt ihr euch vorgestellt, zum Beispiel in dem Video über die neue Community-Platform OpenSUSE-Users. Und jetzt hat OpenSLX die eigene Distribution bei Balsam Professional herausgebracht, als Nachfolger von der OpenSUSE Box. Ich gehe nochmal kurz auf OpenSLX ein, und zwar für diejenigen, die von euch das nicht wissen. Die OpenSLX GmbH steht seit 2009 hinter der OpenSUSE Box. Damals hat nämlich Novell und das OpenSUSE Projekt die Produktion eingestellt von der OpenSUSE Box und an OpenSLX übergeben. Also für die Interessierten, die OpenSLX GmbH ist eine privat gehaltene Firma mit Sitz in Nürnberg. Vorsitzender davon ist Stefan Werden. Die beschäftigt uns hauptsächlich halt mit freier Software und dem Vertrieb davon. Was bedeutet das jetzt für uns, die OpenSUSE User? Direkt sind wir, die OpenSUSE Nutzer, davon nicht betroffen. Aber Stefan Werden schreibt in der Presseerklärung, die Käufer unseres Produktes erwarten zu Recht für ihr Geld einen signifikanten Mehrwert gegenüber frei verfügbaren Versionen. Hiermit wird er wahrscheinlich die Vorteile der Kaufversion herausstellen. Denn laut der Presseerklärung sind gerade diese Vorteile für Einsteiger und auch normale Nutzer ziemlich schön. Zum Beispiel die 90 Tage Installationssupport für Telefon, E-Mail und Chat. Also 90 Tage Installationssupport. In 90 Tagen könnt ihr, wenn ihr die Version gekauft habt, die Box über Telefon, E-Mail und Chat mit OpenSLX Kontakt aufnehmen. Und wenn ihr Probleme habt, darüber berichten und die helfen euch dann. Der Vorteil gegenüber Foren ist einfach der, dass man dort privater ist. Ja, weiterhin wird auch noch geschrieben in der Presseerklärung, dass zum Beispiel kommerzielle Software enthalten ist, die normalerweise nicht drin ist. Darunter ist zum Beispiel der Flash Player, die proprietären Grafittreiber. Adobe Reader, Opera ist drinnen. Moneyplex, weiß ich jetzt nicht genau was das ist. Das Antivirenprogramm Antiviren, naja, sehr sinnvoll unter Linux ist nicht gerade. Und Spider Oak Online Backup. Die sind alle schon auf der DVD enthalten. Und weiter steht auch noch in der Presseerklärung, dass Updates direkt von den OpenSLX Servern kommen und eventuell sogar schneller als auf die OpenSUSE Server. Natürlich kann man auch OpenSUSE Repositories einbinden statt OpenSLX. Ja, weiter wird in der Presseerklärung auf die großen Unterschiede eingegangen. So wird der Linux-Kernel erstmals als Version 3.1 enthalten sein. Weiter steht dann auch noch 3600 Updates, Performance-Verbesserungen und natürlich auch Plasma Active One. Also das Thema der letzten Tage wird enthalten sein. Denn mit Plasma Active One ist erstmals eine speziell auf Touchscreen-Monitore ausgerichtete Oberfläche enthalten. In der aktuellen Version für Tablet, Computer und Hybrid-Notebooks, also Netbooks, aber sollte auch schon für mobile Geräte verfügbar sein. Das bedeutet jetzt so viel als das Plasma Active One. Könnt ihr euch so vorstellen wie eine Oberfläche, die halt speziell auf ausgerichtet ist, wie schon gesagt. Stellt es euch vor wie Android oder andere Systeme. Aber das Ganze halt als OpenSUSE im Hintergrund. Ihr nutzt dann also praktisch OpenSUSE auf eurem Retab oder auch anderem Tablet-PC. Was ich jetzt noch besonders an der Kaufversion, wie auch in der Mitteilung geschrieben, also in der Preissum-Erklärung, ist mit BISAM Professional 12.1 das erste Mal eine Box komplett aus der Hand von OpenSLX. Also das lässt sich schon durch den neuen Namen erahnen. Durch BISAM Professional wurde jetzt OpenSLX erstmals zum Hersteller und Produzenten und kann jetzt selber die Ausrichtung und Richtung von dem Betriebssystem bestimmen. So lässt sich auch in der Mitteilung ganz klar die neue Ausrichtung auf mobile Geräte sehen. Es ist jetzt ganz speziell auf Tablet-Computer ausgerichtet, die natürlich auch in Zukunft, glaube ich, selber einen größeren Wert zukommen werden. Was ich noch kurz erwähnen will, ist, dass in dieser neuen Version OpenSLX auch Ideen eingebaut hat, die User genannt haben. Also ich finde es ziemlich gut, dass jetzt auch alle Quell-Texte von allen Programmen, die enthalten sind, auch noch zusätzlich auf der DVD drauf sind. Also insgesamt sind ja 17 GB an Programmen enthalten auf den DVDs, den beiden. Und zusätzlich ist auch der Quell-Code für Entwickler natürlich sehr interessant enthalten dabei. Und da gibt es noch ein paar kleine Änderungen, die jetzt nicht so sehr wichtig für den normalen Nutzer sind. Zum Beispiel, dass jetzt init, das Programm init, durch Systemd ersetzt wurde. Und weiter wird auch noch erklärt in der Presseerklärung, dass es jetzt eine neue Community gibt. Darüber habe ich jetzt schon ein Video gemacht, das in Zusammenarbeit mit Ubuntu-Users geschaffen wurde. Und ja, dann fehlt jetzt zum Schluss auch noch das Wichtigste, der Preis. Der Preis soll liegen bei 69,90 Euro. In den USA soll er liegen bei 71,90 Euro. Was noch fehlt, ist das Datum. Das Datum der Veröffentlichung soll sein, der 11.11. Zu erhalten ist bei Sun Professional laut der Presseerklärung über den Online-Versandhandel, den Einzelhandel, also Saturn, Media Markt und Co. Und über ein Reseller-Netz, wie das genau aussieht, kann man jetzt vielleicht sagen. Ich würde tippen darauf über die ganzen Linux-Online-Shops. Ja, in dem Sinne noch viel Spaß mit OpenSUSE. Ob ihr jetzt OpenSUSE selber benutzt oder Balsam Professional, ist nicht so ausschlaggebend. Für Einsteiger wird es sich wahrscheinlich lohnen. Für die Profis sicherlich auch vielleicht. Jeder muss halt selbst entscheiden, ob er jetzt die freie Version, die kostenlose oder auch die Kaufversion benutzt. Es ist keine schlechter oder besser. Für die einen lohnt sich die mehr, für die anderen lohnt sich halt die andere mehr. In dem Sinne noch viel Spaß. OpenSUSE ist gut.